Heimkino der Extraklasse gibt's mit dem 55 Zoll großen Grundig GUB8765. Und den bekommt ihr jetzt als Jubiläumsangebot der Woche für nur 599 Euro bei EXPERT. Auf einer Bildschirmdiagonale von 139 Zentimetern genießt ihr auf dem Grundig GUB8765 Inhalte in 4K, also in nativer Ultra-HD-Auflösung. Mit modernster Technik werden auch HD-Inhalte problemlos auf Ultra-HD-Qualität hochskaliert. Optimale Bildqualität mit hervorragenden Kontrasten garantiert die Micro-Dimming-Engine. Und dank High Dynamic Range ist auch die Luminanz und Helligkeit perfekt. Dabei ist das LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung besonders energiesparend und bietet einen Bildblickwinkel von 178 Grad, vertikal und horizontal. Echtes Kino-Feeling entsteht auch durch das DTS Premium Soundsystem mit 40 Watt Musikleistung. Und wer Bluetooth-Lautsprecher besitzt, kann diese ganz einfach mit dem integrierten Bluetooth-Adapter verbinden. Also Musikgenuss ohne lästiges Kabel. Für weitere externe Geräte gibt es mit 4 HDMI und 3 USB-Ports, einem CI-Plus-Steckplatz und integriertem WLAN jede Menge Anschlussmöglichkeiten. So ist zum Beispiel auch USB-Recording 3.0 mit gleichzeitiger Aufnahme und zeitversetztem Fernsehen möglich. Und ein Triple-Tuner ist natürlich auch mit an Bord. Gibt das normale TV-Programm gerade nichts her, warten in den Apps unzählige Videos, Filme und Serien auf euch. Die Grundig-Plattform Smart Interactive 4.0 Plus verfügt dabei über einen Dual-Core-Prozessor für eine schnelle, einfache und benutzerfreundliche Bedienung. Bilder oder Videos von eurem Handy könnt ihr zudem bequem per Live-Share auf den Fernseher streamen. Der 55-Grundig GUB8765 lässt keine Wünsche an einen hochwertigen und modernen Ultra-HD-Fernseher offen. Als Jubiläumsangebot der Woche bekommt ihr ihn jetzt für nur 599 Euro bei expert. Den Link zum Angebot der Woche, den findet ihr direkt neben mir und hier unten findet ihr auch den Button, um unseren expert-YouTube-Kanal zu abonnieren. Denn jeden Mittwoch erscheint ein neues Jubiläumsangebot und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Also klickt auf den Abo-Button und wir sehen uns beim nächsten Video.